Musik Also Summer-Syndrom ist eigentlich gar kein Workshop-Wochenende, Konzertwochenende, sondern inzwischen Familientreffen. Es hält das Feuer auch am Laufen. Es werden neue Einflüsse wahrgenommen und auch bedient mit Workshops. Aber es werden eben auch die Traditionen weiter gepflegt. Das gelingt uns durch einen kontinuierlichen Wechsel von Dozenten. Das heißt also immer wieder neue Künstler ranholen. Und natürlich auch die Qualität der Workshops, die wir hier haben. Also dass wir wirklich so viele Dozenten aus Brasilien jedes Jahr haben, die wirklich Spitzenklasse sind. Das ist schon auch die Anzahl der Workshops ist, glaube ich, unvergleichlich. Wir haben immer Anfängerkurse mit dabei, Einsteigerkurse, sodass es für die auch immer einen Anknüpfungspunkt gibt, sich neu in diese Form von Musik hinein zu begeben. Das ist schon eine Anzahl der Wünscher-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel-Güttel Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Super Energie, bunt, musikalische Qualität, eine große Party, Power, Power und Power. Verrückte Leute, Wissen anhäufen, Wissen austauschen, Kreativität, Spaß, Brasilien. Wissen, Kreativität, Spaß, Brasilien.